Ja Moin, hier noch so ein Thema, Situationsanalyse. Also wenn ich irgendwo vorgefahren bin und wieder zurücksetze an der Ecke und der Gegner kann getorbt haben und ich sehe sogar, dass er den Arsch umgedreht hat und kann vielleicht sogar einen zweiten Fächer rausgesetzt haben, dann überlege ich mir ganz genau, ob ich dann nochmal vorfahre und wann und wie vorfahre, weil ich kann ja den Torpedofänger abwarten und dann hat der da hinten hoffentlich einen Reload und dann fahre ich ein bisschen später vor oder ich denke mir irgendwas anderes aus. Aber ich sollte mir was ausdenken, weil sonst passiert das, was ich gleich zeigen werde, das ist so ähnlich wie nackter Kanonohumor, dieser schwarze Polizist da, der hat doch immer irgendwelche gotzerbärmlich dummen Umfälle und denen passiert immer irgendwas, was ganz bescheuert ist und wenn er nur irgendwie im Taucheranzug rückwärts runterspringt und dann irgendwie auf das nächste Boot landet, auf das nächste kleinere Boot, was neben dem Boot steht, wo er rückwärts runter ins Wasser springen wollte und so. Und sowas ist da gerade passiert, das war, ja. Na ja, ich zeige das einfach mal. Ja, hier fragte mich mein Kumpane, was ich so vorhabe, wie ich mir das so denke und ich dachte und genau, ich dachte dann einfach so, was ich noch sagte. Ich will einfach zuerst mal aufklären und gucken, was da kommt, wer da ist. Der Träger hat irgendwie keinen Bock auf eine Atlanta und eine Algerie. Da ist auch nur ein 6er Träger. Hätte ich mal seine Stelle auch überlegt. Jo, mein Kumpel stellt sich hier so an die Ecke. Ich spotte und er kann dann da einen schönen Bogenlampen rüberschießen auf alles, was da reinfahren möchte. Ich hau da schon mal schräg so über Torps raus, wende auch schon mal, damit alles, was da reinkommt, ich beim Wegfahren beschießen kann. Hier so 45 Grad nach hinten weg, dann bin ich auch alles bald gut angewinkelt. Ich wende auch schon mal die Türme, weil ich ja gleich nochmal rumdrehen will. Und jetzt überlege ich mir das anders. Weil irgendwie ist noch nichts aufgegangen. Also das ist ein Replay, aber ich bin noch etwas irritiert und da kommt da ein 6er Kreuzer der Franzosen. Das ist natürlich so die Feststellung und die Frage, das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir geben uns gegenseitig so kräftig auf die Mütze wie es geht. Ich weiß nicht, mein Kumpel ist noch gar nicht mitgeschossen, glaube ich. Naja. Und, ich mach mal langsamer. Jetzt ist so der Gedanke bei mir, okay, ich habe die Torps jetzt auf die Ecke rausgehauen. Da jetzt reinzufahren, so dumm wird der ja nicht sein. Weil jetzt muss ich noch klar sein, dass ich 9km Torpedos habe. Hm. Das Beste, was jetzt passieren kann, ist, dass sie den Captain negieren. Zum Beispiel die Atlanta-Sichter, die jetzt hier so seitlich kommt, dass sie sich hier reinsetzt. Oder hier vorne reinsetzt, dass sie rein chargen kann. Oder auch stehen bleiben. Aber ich mach mal weiter. Weil gleich passiert was ganz absurdes. Wir haben so gefeiert. Wir haben so gelacht. Weil jetzt legt die Atlanta los und er müsste eigentlich erkennen, so, das geht nicht gut. Ach, er will doch nicht Gas geben, also war AP umsonst. Hm. Warum ist er denn vorgefahren? Er hätte mich doch beim ersten Mal schon sehen müssen, dass ich da wahrscheinlich hingetraubt hab. Bei 9km Torpedoreichweite und er am Bell tanken. Also, die Torpedos waren zu erwarten. Sein Kollege ist da sogar irgendwie stehen geblieben, als wenn er unbedingt Zitadellen haben möchte. Aber ich treffe ihn scheiße. Das ist sein Glück. Jetzt kommt die Atlanta rein. Wo ich denk so, oh, wenn die spitz nach... Also, wenn die jetzt spitz hier so ins Reihen gefahren wäre, hätte sie nach da ein Torpedofächer gehabt und nach da. In einem richtig guten Winkel. Stattdessen macht sie was völlig absurdes. Also, sie fährt nicht in uns rein, dass sie rechts und links toppen kann. Sie fährt auch nicht raus. Erstmal fährt sie noch eine Weile breit Seite. Und wir fragen uns beide hier, was die machen. Das hat so nackte Kanonenhumor. Also, wenn die gegen die Tür laufen oder so ein unfreiwilliger Gag. Hm. Die hätten vieles machen können, aber das jetzt gerade nicht. Immer noch glücklich. Ich treffe wieder die Zitadelle, nicht? Ich bin mit dem Schiff echt nie eingespielt. Tja. Nächster Torpedotreffer. Und er da hinten ist gegen die Wand gefahren. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Die Torpedos der Atlanta ist in der Fahrtrichtung, wie sie war, war zu erwarten, dass der Fächer parierbar ist. Dass man da durchschlüpfen kann. Also, das war alles irgendwie mehr als merkwürdig. Unser Sieg ist in Sicht. Tja. Also, wir haben gelacht. Weil wir nicht wussten, wie uns geschah. Also, dass der hier nochmal vorkommt und die hier die Torpedos mitnehmen. Obwohl wir ja wussten, neun Kilometer Reichweite. Ich war hier vorne dran. Vielleicht hätte er sogar einen solchen zweiten Fächer raushaben können. Dass sie da vorfahren, war völlig absurd. Dass er so längs lang fährt. Gut, wir haben ihn noch nicht mal Zitadellen gegeben, weil ich so schlechtes Aiming hatte. Aber wie er hier so lang gefahren ist, die Atlanta, das war auch völlig absurd. Wäre reingefahren, hätte rechts und links im Nahkampf einen Spread rausgesetzt. Hätte er echt was reißen können. Und hätte sich jetzt sogar erfolgreich geopfert. Aber das alles, das war einfach nur irgendwie komisch. Und ja, worauf ich ihn ausführe? Situationsanalyse. Wenn ich irgendwo belltankend vorgucke und wieder zurückziehe und der Gegner hatte die Möglichkeit dahin zu torpen, dann fahre ich da dann nicht wieder raus. Und die Atlanta, die hätte in uns reinfahren können. Er hätte rechts und links den Fächer raussetzen können in fiesen Winkel, dass wir da Schwierigkeiten gehabt hätten. Aber das hat die auch nicht gemacht. Die haben wirklich alles getan, um keinen Schaden anzurichten und schnell zu sterben. Ja, das war jetzt noch nicht mal Können von uns. Das war ja eher Unvermögen vom Gegner. Also einfach mal ein Beispiel, wie man es überhaupt nicht macht. Nicht um Ecken vorfahren, wo man vorher rumgeluschert hat und da der Gegner vielleicht sogar schon einen zweiten Fächer hingesetzt hat an Torpedos. Und mit der Atlanta nicht irgendwie Breitseite lang dübeln. Und irgendwie so ungelenk seitlich raus auf zwei Spitze angewegelte Schiffe zu torpen. Das sind so Sachen, die gar keinen Sinn ergibt. Aber zum Glück gibt es immer mal Situationen, wo andere das machen. Und dann kann ich das zeigen, ohne selbst dumm da zu stehen. Ich könnte jetzt behaupten, ich stehe nie selbst dumm da. Aber es ist halt schön, wenn andere das anbieten. Dann muss ich nicht meine eigenen Fehler zeigen. So, jetzt eine neue scores eine dernier Höhe von Blech. Sprechen die mir. Und es ist halt schon mal. Und ich bin dran.